Und jetzt geht es aber weiter. Am 24.09. macht die Agentur für Arbeit in Hannover auch nochmal eine Aktion. Da auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Da ist in der Innenstadt, da ist es sehr zentral, da geht auch noch was. Ja und es gibt noch viel, viel mehr Unterstützung und deswegen machen wir ja auch noch eine dritte Aktion in Uelzen am 26.09. im Herzog Ernst Gymnasium. Bitte hingehen, alte Heimat, Fußball gespielt, das wird auch nochmal ganz groß und da freuen wir uns auch ganz groß drauf.